Willkommen zurück zu einer neuen, blutüberströmten Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Blut- und Gewaltliebhaber, die das letzte Video bewertet haben. Leute, wie immer, ne Bewertung raushauen, ne Unterstützung. Wir zocken das Game wirklich in vollen Zügen durch. Und ich bin jetzt mal ganz schnell hier oben hingefahren, in der Hoffnung, dass ich irgendwas dort finde. Und ich glaube, ich hab ne geheime Horde gefunden. Ja, das sieht ganz danach aus. Okay, warte mal. Wir locken sie mal raus. Wir locken die Sau-Bande mal raus und dann burnen wir sie weg. Na, wie viele kommen denn hier? Einer? Ach komm, ich höre da drin doch ne... Okay, jetzt kommen sie. Jetzt geht's langsam los. Ich dachte schon. Ich höre da drin ne riesige Horde und dann ist hier nur ein Dude. Kann's ja wohl nicht sein. Oh, wunderschön, wie sie brennen. Wunderschön. Direkt hier ein Doppel-Burner. Okay, die geheime Horde. Ist doch irgendwie mehr los, als man denkt. Und außen sieht so wenig aus. Und ich hab jetzt hier die beste Waffe im Spiel. Das 55er. Und damit holt man die Easy weg. Alter, zieht es euch rein. Leider haben wir hier gar keine Anzeige. Aber es war ne Horde. 34%. Hordenkiller 63%. Es war ne Horde. Versteckt hier drin. Verdammte Drecksviecher. Wollen's natürlich immer wieder wissen. Aber gegen uns haben die keine Chance. Wir sind einfach die Vernichtung in Person. Joa, ne kleine Baby-Horde. Obwohl so wenig waren es diesmal gar nicht. Hier ist schon wieder der Helikopter. Dreht hier immer wieder seine Runde. Okay, wir gehen mal hier oben hin. Denn uns fehlt immer noch hier... Moment, wir können jetzt hier mal drauf gehen. Also, Horden haben jetzt alle acht Stück erledigt. Aber es fehlt irgendwo immer noch ein Nero-Kontrollpunkt und ein Upgrade. Und das muss auch irgendwo hier sein. Und deswegen fahren wir jetzt mal ganz kurz hier oben hin. Ist hier wirklich Ende? Kann man hier nirgends wo mehr rum? Ne, er scheint wirklich Ende zu sein. Bams. Einmal hier runter. Man kann nur noch hier lang. Auch noch ein Gebiet. Wo Blut und Elend ist. Ein Plünderer-Camp. Was? Das sind die Arschle... Es gibt hier noch ein Camp? ...echer, die hier auf den Straßen gelauert haben. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Moment, uns fehlt auch noch ein Camp. Aber vielleicht gibt uns das Camp die letzten Infos, die wir brauchen. Um hier noch den letzten Kontrollpunkt zu finden. Oder das Camp ist sogar am Kontrollpunkt. Auf dem Mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Machen wir, machen wir. 14 Leute. Easy, mein Freund. Easy. Dann laden wir hier mal dieses Baby durch. Denn das Ding hat so viel Munition. Und es haut so übelst geil rein. Was war das denn? Was ist hier los? Guck mal, hier eure Fallen. Ich löse hier alle aus. So ein geiler Typ bin ich. Denn ich habe die ultimative Vernichtungswaffe. Gegen mich, Freunde. Habt ihr keine Chance. Normalerweise müsste das Ding auch durch Holz und sowas durchschlagen. Alter, das ist so ein Biest. Oh, hier kommen wir gar nicht hoch. Wollt hier ein bisschen klettern. Alter, das Ding schlägt durch alles durch. Hier bist du nur hin. Eben war es noch da oben. Jetzt bist du auf einmal irgendwo da unten. Wie die hier rumflüsen. So, Beine weggezogen. Ein wenig Kraut. Mitten in der Schießerei. Der alten Säuerling. Alter, gegen dieses Biest haben die keine Chance. What? Woher kommt denn der auf einmal? Stand da plötzlich einer hinter mir. Nein. Naja, obwohl, schlimmer kann es ja nicht werden. Das Ding ist echt crap. Wow, 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 wow. Okay. Einer noch. Einer noch. Kann man das Ding hier irgendwie interessant gestalten? Hm. Also wenn... Ich hasse dieses Rad, weil es einfach viel zu voll ist. Wenn, dann vielleicht das hier. Das coole Paddel. Nein, 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 hier bin ich, ja. Das war's mit euch. Wie gefällt euch das, he? Überfallen zu werden macht Spaß, he? Ihr Drecksmörder. Ach komm schon, Dick. Gib's doch mal ganz ehrlich zu. Dir gefällt's doch auch. Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Im Deal gefällt's doch auch. Ah, direkt den Bunker gefunden. Edel. Sehr, sehr edel. Deacon tut immer so wie, oh, ihr Mörder, ihr Schweine. Aber selber immer schön am Metzeln. Der Mann kennt da auch nichts. Mann, der Bunker ist ganz schön groß. Hm, was haben wir denn hier? Eine Karte. Und? Bekommen wir Infos? Alter. Ich glaube, jetzt haben wir echt alle. Hinterhalt Campjäger. Silberne Trophäe. Very, very nice. Lappen. So. Und hier ist er. Der letzte Point. Dann gehen wir hier durch und nehmen die noch mit. Geil, Mann. Dann hole ich mir hier nochmal Konzentration. Und dann verlassen wir den Norden bald wieder und gehen rüber zum alten Körnel. Und hier gibt es garantiert keine mehr. Moment. Hä? Hier ist auch noch eins? Okay, dann gehen wir erst hier hin. What? Es gibt zwei? Wir haben doch nur noch einen, der uns fehlt. Ach, naja, egal. Ich will es nicht hinterfragen. Wie sagt man so schön? Hilf... Äh, viel hilft viel. Das scheint wohl zu stimmen. Jetzt waren wir echt in den tiefsten Ecken. In der Region. Echt jetzt? Diesen Mini-Baum treffe ich. Ich kriege es immer wieder hin. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Verzieh dich. Elend, wie? Elend ist Mistvieh. Moment. Hier? Warte mal, warte mal. Hier? Das habe ich absolut nicht gehört. dass hier irgendwas von Nero sein soll. Was haben wir denn hier? Schwarze Johannisbeere. Okay, warte mal. Wie groß ist denn die Mine? Tja, wäre ich mal tiefer reingegangen. Bada BAM! Hier drin müssen mindestens tausend dieser Freaks reizieren. Keine Freaks. Einen Jektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Ja, ich sehe sie. Ihre Wege zufrieden hören sich zu bewegen, Doc. Sie fallen. Was regnet sich das zusammen? Aufwachen, Dicken. Zu dieser Tageszeit waren sie, Doc. Das ist ziemlich aber, verdammt. Ich finde das scheiße. Tja, die werden so schnell keine Horde mehr aufwecken. Die sind jetzt Teil der Horde. Die sind jetzt Teil der Horde. Ja, dann war hier wohl doch noch ein bisschen mehr drin. Alles klar. Pullern wir mal ganz schnell noch hier rüber. Und holen uns das nächste Upgrade. Eventuell sogar das letzte im ganzen Spiel. Wir werden es gleich wissen. Was? Moment, hier geht es gar nicht rum. So, hier geht es durch. Boah, was für eine Schlammgegend hier ist. Kämpf dich hier mal durch. Einfach nur ekelhaft. Easy, Partner. Ganz easy jetzt. Schade, dass wir nicht noch eine geilere Waffe finden können. Das Einzige, was mich noch echt interessieren würde, wäre die Sniper. Mal sehen, ob wir die noch irgendwie kaufen können. Denn Wizard Island ist natürlich für uns jetzt kein freundschaftliches Gebiet mehr. Und ob wir nochmal Curry sehen? Wir sind nach Reno. Wäre halt auch was wieder für Teil 2, ne? Wäre wieder perfekt für Teil 2. Das wusste ich noch nicht. Ab in eine Großstadt. Ich meine, das hier so auf dem ländlichen Gebiet, im Wald und so, ist ja wirklich cool und interessant und natürlich auch logisch. Man würde Städte meiden, wenn eine Zombie-Apokalypse losgeht. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber irgendwie hätte ich Bock auf Days Gone, Playstation 5, geile Hardware-Leistung. Weil man merkt ja schon, die PS4 hat mit dem Spiel ganz schön zu schwitzen. Oh, wow, 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 wow. Mieze Katze. Mieze Katze. Und sau viel Schlamm, wo das Bike wieder schlittert. Komm schon, lass mich jetzt nicht hängen. Ja, würde ich geil finden. Großstadt. Days Gone. Och, nö. Da komme ich doch bestimmt jetzt nicht hin, oder? Kann ich hier hoch? Unrealistisch. Och, muss ich jetzt wirklich durch den Friedhof laufen, um das zu bekommen? Oder ist hier irgendwo noch ein... Alter, echt jetzt? Echt jetzt? Die hat mich so lange verfolgt? Scheißvieh. Ah, hier drüben ist es offen. Na, Alter. Ja, das wäre halt ultra geil. Days Gone 2. In der großen Stadt. Hätte man super mega viele Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Ich würde es feiern. Ich denke, die meisten würden das geil finden. Okay, hier. Man lernt jeden Tag was dazu. Man lernt jeden Tag was dazu. Nur schade, dass die Dinger keine Erfahrungspunkte geben. Wäre eigentlich nur fair. Allgemein bin ich extrem auf nächstes Jahr gespannt, wenn wirklich die Playstation 5 kommen wird. Das wäre auf jeden Fall ultra, ultra, ultra geil. Weil im Moment fühle ich mich so ein bisschen, als würde, ja, als würde alles so ein bisschen eingeschlafen sein. Klar, natürlich sind immer noch coole Spiele gekommen, aber irgendwie fehlt mir Double A. Ich würde zum Beispiel Blaketail Innocence nicht als Triple A, sondern als Double A einstufen. Also, Days Gone, Triple A, Blaketail Innocence, Double A. Auf jeden Fall auch von der Spielzeit her, vom Umfang her, von der Technik dahinter. Klar, die haben das Maximale rausgeholt. Das Spiel sieht gut aus. Muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber trotzdem kann es nicht mit einer großen Produktion mithalten. Wir zum Beispiel in God of War oder in einem Days Gone. Hier komme ich nicht rein, oder? Nein. Irgendwo ein Loch im Zaun. Hier komme ich auch nicht rüber. Hm, wie kommt man denn hier rein? Kann man dich bewegen? Komme ich da rein? So geht's. So geht's. Was ist denn hier drüben los? Boom. Obwohl, das war gar nicht so klug. Das war gar nicht so klug. Wir brauchen dir hier Benzin. Alter, das Paddel räumt immer noch auf. Das Paddel ist immer noch geil. No, ich habe irgendwie nicht nachgedacht. Ich wollte irgendwie nur Boom machen. Habe ich mir jetzt hier den Point versaut. Das wäre sehr, sehr scheiße. Oh nein, ihr könnt doch nicht hier nur ein Kanister haben, oder? Das wäre super scheiße. Der Point ist nämlich auch noch am Arsch der Welt. Oh oh. Kies, du bist intelligent. Freut sich. Ah, okay, hier ist einer. Freut sich noch so. Yeah, boom. Zombie ist erledigt. Und dann. Nein, mein Kanister. Wie langweilig. Es wäre geil gewesen. Naja, es wäre nicht geil gewesen. Aber es wäre witzig gewesen. Ich nehme so etwas mit Humor. Andere Leute würden jetzt durchdrehen und sagen. Nein, Kies. Du, du, Mama. Ganz du. Ich 9. Ich erkenne das. Das sollte reichen. Aber was, wir zocken ohne Fail, oder? Wäre ja auch langweilig. Verdammter Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Ah, drauf geschissen. Dann fahren wir mal. Nein, du sollst das nicht aufmachen. Du sollst das Ding looten. Loten. Nero-Injektor. Genau das, was ich brauche. So. Konzentration. Und rein. Sorry. Immer schön ballern. Wie kann der nur bei der Hälfte sein? Das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Weltuntergang. Neues Design, Baby. Wahrscheinlich wegen dem hier. Ah, ein Mikrorekorder. Hallo. Ja. Ich glaube, das waren alle. Ach, nö. Komm schon. Beste Waffe im Spiel. Was? Kann ja nicht sein, dass ihr das hier wegsteckt. Alter, das Ding ist ein Biest. Das Ding ist ein Biest. Äh, ja. Wir haben bei dem Ding aus irgendeinem Grund nur 75%. So, aber wir sind jetzt hier bei 83. Jetzt müssen wir eine kleine Schnellreise machen. Und zwar hier drüben hin. Ja, ich will. Jo, jetzt fehlen hier nur noch ein paar Horden. Und dann bin ich im Norden durch. Ich hab's geschafft. Dann bin ich der Star im Norden. Weil das Gebiet haben wir komplett unten. Bei Iron Mike haben wir auch komplett, was Horden und halt die wichtigen Dinge angeht. Diese ganzen kleinen Pups-Sammeldinger, die mach ich vielleicht irgendwann privat oder... Aber natürlich nicht mit euch, ja. Also ich will euch auch nicht langweilen. Am Ende soll es ja auch nicht langweilig werden, das Projekt. Aber die Horden und so, die nehm ich auf jeden Fall mit euch mit. Weil die ja schon ganz cool sind und Teil des Spiels. Aber so den kleinen Schiss, den mach ich natürlich dann solo. Wenn's dann irgendwie da noch ein Ende gibt, das nehm ich dann wiederum auf. Aber der Weg dahin, der Mühselige, den mach ich ganz alleine. Okay, es ist Tag. Pennen die irgendwo hier? Hm. Hm. Wo könnten die sein? Die könnten hier sein. Ich bin überrascht, wie viele Horden es hier noch gibt. Gibt es hier einen Unterschlupf, wo eine Horde Platz findet? In nem LKW? Kann doch keine ganze Horde rein. Was ist das für ne kleine Horde wieder? Ich hör auch nix. Ne, der ist ja voll. Okay, Horde. Hört ihr was? Ach, die können auch hier sein. Ich will noch eine Horde zerschrubben. Mistviecher. Nö, hier ist auch keiner. Irgendwo müssen die ja sein. Irgendwo müssen die ja pennen. So ne Horde kann ja nicht einfach verschwinden und sich in Luft auflösen. Ach ja? Hm. Ach ja? Aha. Wir könnten hier gucken. Das sieht so ein bisschen nach Höhle aus. Irgendwie markiert die mir das gar nicht auf der Karte. Ich glaub, ein Unwetter kommt. Wölfe aber keine Horde. So, direkt wegholen, bevor die stressen. Kann doch nicht sein. Dann ist der letzte Punkt hier. Warum kann ich hier nix markieren? Jo, Horde. Auch nicht? What? Alles klar, ich nehme eine andere Horde. Die sind, es ist mir zu doof. Ganz ehrlich. Scheiß auf die Horde. Ich hoffe nicht. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Vorsicht. So, gehen wir mal stopp. Am Lavabogen. Okay, das ist ne Höhle. Wahnsinn, die können ja überall. Moment, muss man da nochmal reinfahren? Ist das noch ein Stück oder? Ne, ich glaub, da kann man zu Fuß. Der Lavabogen. Was sind denn das hier für komische, versteckte Horden? In der Region. Gibt's ja wohl nicht. So, direkt hier mein Spezial-Cocktail. Entschuldigen Sie. Ja, Sie da drüben. Ich suche eine Horde. Das ist das. Hallo. Jemand zu Hause? Heute gibt's keine Horden mehr. Alle weg. Niemand hier. Wir haben die mal gewohnt. Haben die ne Nachsenderadresse, wo ich hinfahren kann? Schon irgendwie mysteriös. Okay, die können hier unten sein. Ja gut, ich hoffe mal, die sind hier unten. Ich will jetzt noch eine Horde zerlegen in der Folge. Gibt's ja wohl nicht. Schnauze. Naja, die Horde kann ja auch in die Richtung unterwegs sein. Also müsste man die Route genau kennen. Okay, das ist jetzt mein letzter Versuch. Und wenn sie da nicht sind, dann pupst sich drauf. Ein Rager ist hier. Einfach mal so ein Rager. Und? Ist die Horde hier unten und schrubbt sich den Sack? Ne. Nix, Horde. Ah, da ist sie ja. Moin. Moin. Da seid ihr ja Jungs. Mann, ich hab schon vielweil noch euch gesucht. So. Mann, habt ihr mir einen Ärger gemacht? Na, komm. Na, 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 ich will so'n, so'n, ja, so einen hier. Alter, die gibt's ja direkt wie so'n Doppelschlag. Na, na, was? So. Okay, jetzt kommen sie. Ich will die nämlich burnen. Und burn. Jetzt ist die Horde schön am Brennen. So, gefällt mir das. So, gefällt mir das. Schönes Barbecue. Gut. What? Ihr gehört aber nicht zur Horde. Woher kommt auf einmal der Fanclub? Meine Ohren, meine Ohren, meine Ohren. Moment, ich kann keine Ohren mehr einsammeln. Was? Es gibt ein Limit? Wie viele Ohren habe ich denn? Ich habe 1075. Das ist das Limit? Mysteriös. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Irgendjemand schlabbert hier noch rum. Die alte da drüben. Mistvieh. Gut. Ja. Ich werde die Horden hier noch zerlegen. Ich glaube, es sind jetzt auch nicht mehr so spannend. Die letzten beiden. Hier oben eine. Und... Boah. Keine Ahnung, wo die andere ist. Vielleicht irgendwo hier noch so ein Stück. Ich weiß es nicht. Und dann geht es weiter mit Ricky. Ob sie unser Ding fertig gebaut hat. Danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Tschüss. Scheiben.